Folge 9, Sitter und Tour. Heute in Magdeburg auf dem Ulrichplatz. Wir haben den liberalen Aktionstag. Über 400 Parteifreunde aus dem ganzen Land sind gekommen, um mit uns gemeinsam den Schlusssport im Wahlkampf zu starten. Wir sind alle hierher gekommen, um Sachsen-Anhalt die Länderwende zu starten und ich freue mich da riesig drüber. Ein tolles Bild. Wir haben gerade über 20 2000 Luftballons hochsteigen lassen. Ganz ganz tolles Signal und jetzt starten wir in den Wahlkampf hier im gesamten Land und teilen uns auf. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.